Urlaubsträume Halb neun am Morgen und dazu noch Montag. Über Nacht war die Luft ein wenig abgekühlt und das früh mit Wasser sauber gespritzte Trottoir noch nicht ganz trocken. Er fühlte sich gestresst. Auch dieses Wochenende hat er in seinem Büro im Palais de Justiz gesessen und bis spätabends gearbeitet. Die letzten beiden Jahre hatte er, der Untersuchungsrichter Jacques Ricou, mit Hilfe von Kommissar Jean-Marons Truppe damit verbracht, einen Casinobesitzer zu überführen, der sich mit großzügigen Geldgeschenken politische Protektion gekauft hatte. Wie blöd sich doch manchmal würdevoll auftretende Politiker benehmen. Er ditschte die Spitze seines zweiten Croissants in den Kaffee-Creme, beugte sich vor, damit nicht gleich ein brauner Tropfen auf sein Hemd kleckerte, biss ein Stück ab und wischte sich die buttrigen Krümel aus dem Mundwinkel. Wann hatte er eigentlich zum letzten Mal Urlaub gemacht? Letztes Jahr, im September. Der Tag hatte noch nicht angefangen, da war er schon zweimal aufgeschreckt worden. Ganz kann ist ein russischer Puff, hatte in der SMS von Eric gestanden, die auf Jacques' Mobilphone aufpoppte, während er seinen ersten Kaffee getrunken hatte. Es ist zum Kotzen! Komm runter, und wir genießen ein paar sonnige Tage auf meinem Boot! Eric gehörte zu Jacques' ältesten Freunden, und er war so vermögend, dass er auf dem... ...